Wir brauchen etwas Episches, etwas, etwas Umwerfendes für diese Anmoderation. Heute kommt es ans Tageslicht. Das größte Geheimnis, was wir alle verschwiegen haben. Die wahre Identität von jemandem, der schon so oft hier zu sehen war. Ich muss es euch einfach sagen, ich muss, ich muss es euch zeigen. Die Wahrheit ist es, ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Die Wahrheit ist, dass da nur eine Pizza ist. Die Wahrheit ist, dass da nur eine Pizza ist. Dem geht es, geh, hallöchen. Lange Zeit haben wir euch dieses Geheimnis verschwiegen, aber Sandro ist nicht nur abends im zweiten Leben eine Pizza, sondern Sandro ist die ganze Zeit eine Pizza. Sandro, möchtest du über dein... Wir werden im Laufe dieser Runde noch über das Problem reden, dass wir Sandro lange Zeit in einer menschlichen Haut versteckt haben, obwohl er ein Stück Pizza isst. Aber dazu gleich mehr. Wir zocken heute Masterbuilders. Oh, yes. Wir sitzen in der Party? Oh, ja. Ich hoffe, ja. Tatsächlich, ja. Gut, Masterbuilders. Zack, Server 1. Sandro, bist du bereit, gereckt zu werden? Ich bin bereit, dich sowas von zu zerstören. Wahrscheinlich kommt jetzt vielleicht sogar schon mein Spezialgebiet. Nein, Alter, wenn du jetzt Pizza bekommst, dann ist es voll verflucht. Das finde ich geil. Alter, nein, 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 nein. Du wirst jetzt so hart kassieren. Okay, jetzt entscheidet sich's. Bitte, 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 bitte. Bitte, 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 bitte. Bitte, 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 bitte. Ach, kackel. Geil. Holzhaus. Haben sie den Bodenback... Nein. Sie haben den Bodenback nicht gefixt? Alter, das kann ich deren Ernst sein. Die haben so viele verdammte Devs hier und kriegen nicht dieses Problem gefixt. Auf alle Fälle haben wir euch lange Zeit ein Geheimnis verschwiegen. Und dieses Geheimnis können wir nun einfach leider nicht mehr geheim halten. Satro ist einfach halt eine Pizza. Ich bin aber eine leckere Pizza. Nein, du bist eine vergammelte, alte, ranzige Pizza. Wie man das schon in einigen Videos gesehen hat, es war einfach nicht mehr zu verbergen, dass Satro einfach eine Pizza ist. Ich find mich lecker. Und wie sieht deine Holzhütte so aus? Es steht doch Treehouse da. Warum Holzhütte? Es heißt Baumhaus, ne? Oh, scheiße. Ist es dein Ernst? Ich bin so blöd. Ist es dein verdammter Ernst? Ich bin so doof. Als ob du jetzt... Nein, das ist dein scheiß Ernst. Ich hab angefangen, so ein richtig schönes Haus zu bauen. Oh, der verarscht mich. Ich verarsche mich. Doch, du verarschst mich, Alter. Nein, ich schwöre bei allem. Doch, ich schwöre bei allem, dass du mich gerade verarscht. Ich werde das schönste Baumhaus bauen, was diese Welt jemals gesehen hat, ja? Das zweitschönste, weil meins wird das schönste. Ja, du bist erst mal schön gescheitert, auch wenn ich glaub, dass du mich voll verarscht hast. Ich hab dich... Wieso sollte ich dich... Ich würde dich doch nicht verarschen. Nein, du würdest mich niemals trollen. Niemals. Ich weiß gar nicht. Nein, nein, Sandro, nein, meine olle Pizza. Du wärst jetzt so hart kassieren, Alter. Zack, 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 zack. Das werde ich sogar, weil ich hab angefangen, das falsche Thema zu bauen. So, jetzt komm. Wie hast du denn so dein Baumhaus angefangen? Hast du so... Hm, wunderschön hab ich's angefangen. Perfekt, würde ich einfach mal sagen. It's just beautiful. Ja, ich werde hundertprozentig in den zwei Minuten niemals fertig. Ich auch nicht, aber egal. Wenigstens wurde es schön. Ja, Sandro, lebe in deiner Scheinwelt. Hey. Oh, shit. Shit, ich hab's verhauen. Ich hab's richtig hart verhauen. Shame on you, Lunge. Oh, Digga, nein. Es war so ein guter Anfang, da hab ich angefangen mit Ton zu bauen. Ah, jetzt wird's ganz schön haarscharf. Das schaff ich aber doch, das schaff ich aber doch. Äh, 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 nein. Äh, nein, wie heißt denn das? Wie heißt denn Workbook auf Deutsch? Ähm, Merkbank. Merkbank, ah. Ja, Alter. Gib mir doch die Stufe vor der Abend. Ich muss mindestens noch ein Dach drauf ziehen. Okay, gib mir doch Stufe, gib mir schnell. Nee, gib mir eine Treppe, 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 Treppe. Schnell, 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 schnell. Ah, sieben Sekunden noch. Zack, 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 zack. Oh, mein Gott. Es ist echt nicht schön geworden. Meins auch nicht. Das ist, Alter, ich hab so reingeschissen. Also, ich dachte, dass ich reingeschissen hab, aber der hat noch mehr reingeschissen, Alter. Er hat Liebe gespreadet. Finde ich, äh, finde ich amazing. Oh, Mann. Finde ich, finde ich okay. Okay, im Gegensatz zu meinem ist es, ist es auf alle Fälle schon mal eine Glanzleistung. Das hier ist aber, das ist, ja, dem geb ich ein Gut. Das find ich wirklich gut. Wobei, ich hab nur niemanden gesehen, der wirklich so ein krasses Baumhaus in seinem Garten stehen hat, sondern... Ja, das ist ein Designerbaum. Das ist vielleicht beim Schweden oder so. Ah, das ist in der Krone drin. Da, wie kommt man da rein? Unten. Hä, ist da ein Eingang? Ja. Hä, wo denn? Ist okay. Ja, unten, du musst einmal rum. Ja, ist okay. Das erfüllt mindestens so das Konzept von einem Baumhaus. Finde ich okay. Weißt du, was das Problem war? Das Problem war, dass der erste Baum, der war so zu klein und dann hab ich oben nochmal einen draufgesetzt und der wurde dann mega riesig. Das ist wirklich cool. Dem gebe ich eine Mail. Das ist immer, das hat mindestens Struktur. Ja, das ist deins dann. Nein, das ist nicht meins. Wirklich nicht. Ich schwöre auf alles, dass das nicht meins ist. Ich geb mit so klein. Ja, alles klar. Ich find das wirklich schön. Das ist schön in der Baumkruhe. Ja, dem gebe ich ein Gilt. Gib dem gefälligsten Amazing, Mann! Was? Und ich geb dir auch noch ein Gilt. Was? Als ob du es da ein Negativer bewertet hättest. Du bist böse. Du bist einfach nur böse. Wer war das? Aber ich war mindestens über dir. Das tut mir nicht fröhlich. Mein Baum ist noch besser als dein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Sandro, hörst du das? Was? Das Kratzen? Ja, wenn es mich jucken würde. Okay, die nächste Runde entscheidet, okay? Guck mal, das ist Carl the Creeper is my best friend. Carl! 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 Als ob gerade ich gehe auf Bayern in die Runde gejoint ist. Oh nein, guck mal, der hat sogar einfach so einen kompletten Schwarz-Weiß-Kinn. Wie traurig ist das denn, Alter? Und jetzt ist der Special Player gejoint. Hi, na! Hi, na! Hi, guys! Welcome to my new tutorial. Welcome to my new tutorial in English, please! Yeah! Wusstest du, ich kann jetzt so ganz neue Bearbeitungseffekte, wa? Wenn ich jetzt die Kamera anschippe, kann ich in den Hyperraum gehen. Warte, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Krass, oder? Nochmal. Zwei, eins. Chicken. Oh! So, Google. Nein! Scheiß Cheater, mach Google zu! Nein! Okay. Sato, wie läuft's denn bei dir so mit deinen Google-Künsten? Sehr gut. Du hast einfach nur dieses Minecraft-Chicken gesucht und baust das jetzt so Pixel-Bait nach. Was dagegen? Scheiß Cheater, Alter. Du blöde Pizza. Bescheiß doch einfach nur. Mal sehen, aus. Kennst du diese Walker von Star Wars? Ja. Ja, genau so sieht mein Chicken aus. Ah, wie mach ich denn die Augen vor dem Ding? Soll ich so ein Killer-Chicken bauen? Oder sofort siehst... Oh mein Gott! Das wird dich töten heute Abend. Jetzt, no job, wie sind die Augen von so einem Minecraft-Chicken? Nein, ich bin im Flugmodus! Direkt verkackt, Alter. Ich glaub, ich mach dem aber doch so einen coolen Hane-Kamm. Das haben die ja sonst in Minecraft nicht, weil das einfach Gangster ist. In der Tat. So, dann... So, perfekt. Viel besser kann man da einfach Zeug gar nicht mehr machen. Ja, normalerweise noch das hier. Fehlt nur noch eine Minute. Das schaff ich nicht. Ey, das ist voll schön, das Chicken, Alter. Verschöner doch so ein bisschen die Umgebung. Yes, Alter. Ich werd so Punkte gegen dich sein droht. Lalalala. Lich, ja? Ja, aber übelst. Alter, ich hab's sogar noch geschafft, die Umgebung zu verschönern. Oh, mein Chicken ist doch gar nicht so schlecht, wie ich gedacht hab. Ja, aber nur, weil du direkt von Google abgebaut hast. Gib ein Mäh von mir. Sieht wirklich aus wie eine laufende Toilette, Alter. Jetzt kriegst du gar noch ein Mäh von dir. Wie nett bewertest du heute denn? Naja, ist ja nicht deins. What the fuck, Alter? Er hat einfach so riesige Beine und sind richtig um Himmels Willen. Ist okay. Oh, das ist schon was Süßes. Ist ja eigentlich fast schon süß, kriegst du okay von mir. Ja, find ich süß. Ja, ist schon ganz cute, ist schon ganz cute. Gibt Mäh von mir, so Andrücken. Was? Weil du es gebaut hast. Ich werd bei dir mal erst ein Blinden geben, ne? Ich werd deins erkennen. Ich weiß, warum, woran ich es erkennen werde. Das ist mies, das ist mies. Wie findest du meins? Das ist nicht deins. Du hast einen Hahn, also so einen roten Ding gebaut. Doch, das ist wunderschön. Das ist wunderschön. Wie findest du es? Das ist okay, aber das ist nicht heim. Es ist okay, Doris ist meins. Marta0105, ist das dein zweiter Account? Das ist dein. Mann! Hör auf! Jetzt bewertest du das voll negativ. Guck mal, ich steh vor dir. Siehst du das? Ich geb'm okay. Ich geb dir auch nichts okay. Ah, okay, ist gar nicht mein. Was? Es sieht ein bisschen abgehackt hinten aus. Es ist okay, jetzt geb ich'n Kult, jetzt geb ich'n Kult. Naja, ne. Alter, du mieses Stück, Alter! Nee, ich geb mir's okay. Ich geb mir's okay. Es ist okay. Auch wenn du mir Möhrer gegeben hast, ist es okay. Schreibt einer Ente. Das war doch ein Chicken, Mann! Was? Wie bitte? Ich bin dritt. Nein! Yes, 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 yes. Ja, Leute, das war's mit der Runde Master Builders. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja und ihr mehr wollt, könnt ihr den fetten logischen Daumen nach oben durchslähen. Und checkt unbedingt den Sand draus. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen Abend zu einem neuen logischen Video wieder. Bis dahin bleibt ja logisch. Haut rein und ein logisches Cheerio. Ciao! 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 Bis zum nächsten Mal.